Nö, erst ein paar mal sterben, das soll ja lohnen, tausend ist mir noch nicht genug, das war jetzt nicht meine Abspricht, aber es ist ein viel einfacher Weg, habe ich festgestellt, ja, es ist viel einfacher, wenn man es einfach so macht. Richtig, ich muss ja wieder gehen, jetzt kann ich da rüber, gut, 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 den habe ich schon gelesen, ah, richtig, kommt wieder diese Maske, oder Bus, oder was auch immer, das ist ein Schlüssel. Das ist eine Maske, jetzt muss man um die Augen legen, so, aber wie funktioniert das da jetzt, ich meine, wenn ich zurückgehe, ist es wieder da, hä, also ich kann das da kaputt machen, dann fährt das los, aber wenn ich wieder zurück, gehe ich ja, das ist ja wieder dahin, Da ist wohl der Recklef. Ach, Mist, nicht stehen bleiben, weiterlaufen, immer weiterlaufen, immer sterben, sterben, erst mal sterben. Da ist vielleicht noch ein bisschen mehr sterben. Gut, wir haben auf jeden Fall noch eins vor uns. Das heißt wohl der Recklef. Da stehe ich nicht so ganz. Hä? Das Kaputt zu machen bringt mir doch auch nichts. Kann doch nicht irgendwie dann durchlaufen, oder so. Was ist denn da tun? Selbstverständlich verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ne? Ich verstehe es nicht. Wenn ich jetzt wieder raus und wieder reingehe, ist es ja wieder da. Wenn ich jetzt wieder raus und wieder reingehe, ist es ja wieder da. Was? Kann ich mich vielleicht durch diese Lücke pressen lassen, geht das? Das letzte, was mir noch fehlt. Oh, fuck. Ja, jetzt will dann die Lücke auch mal verrückt. Ich darf mal. Nein. 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 Dann komm ich ja auch nicht hin. Was? Ich habe jetzt keine Idee, wie das da funktionieren soll. Nein. Das funktioniert. Durchdrücken scheint nicht zu funktionieren. Nein. Hä? Was muss ich hier tun? Wolle ich jetzt vielleicht zurücklaufen? Das ist jetzt vielleicht einfach... Ach. Das ist jetzt dann weg. Jetzt wurde es weggemacht. Vielleicht bleibt das ja weg, wenn ich... Uiuiuiui. Ist das jetzt immer noch weg? Nein. Hä? Wie soll das funktionieren? Wie? 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 Nee, jetzt hängt das da drin. Wie? das da drin hängt. Ich kann das dann jetzt wieder kaputt machen, aber hey. Was? Dann fährt das wieder nur los, aber das bringt mir ja nichts. Hä? Ja, was fährt denn da nicht los? Hä? Was muss ich hier machen? Ich verstehe es nicht. Der Chat darf mir helfen. Dann fährt das... Ich will ja auch einfach das dann loswerden. Dann bin ich... Dann rauch ich Palast und dann betreten sie ja wieder alles beim Alten. Das ist ja im richtigen Moment. Wie soll ich das im richtigen Moment anhalten? Ich kann sie nur... im Prinzip nur bewegen, indem ich sterbe. So, dann bewegt sie sich nur eins nach rechts. Das ist das... Das ist das... Das muss ich damit anhalten. Warum ist hier oben nochmal ein Stave? Ich habe gesehen, da vorne ist er sofort wieder weg. Was meinst du? Was meinst du, das... Nein! Das bleibt er ja nicht. Das bewegt sie dann wieder zurück. Fuck. Aber bleibt das gleich, wenn ich nur einmal sterbe. Doch, fast nicht. Ich kann es so anfangen, aber dann lässt es nicht stehen. Und wenn ich den Raum verlasse und wieder betrete, sind sie ja wieder so. Ja, aber die Sachen sind ja die, wenn ich den Raum verlasse und danach wieder betrete, sind sie ja auch wieder da. Ach, abgesehen davon ohne Sterben, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kann es ja mal versuchen. Nein! In manchen Stellen ist das schon ein bisschen hakelig manchmal. Na, was hab ich denn? Die Box musste noch mal eine gleiche Überarbeitung tragen, äh, bekommen. Gut. Ich muss nochmal... Was? Ach, komm schon! Das ist ja noch schlimmer als das andere. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das so funktionierend wird. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das so funktionierend wird. Da ist ganz kurz wieder damage gehen. Oh nein, sag! Mann-EEEIN-ATAss! Der Rutschwüser-Sieg ist auch so ein bisschen scheiße! cookartung. Optimum-Heine-atAss! Ich ehrlich bin ich. Easier macht's funktioniert. Solche flower-Sieg ist ja noch als frei Was mach ich denn? Ich muss mich einfach so fallen lassen im letzten Raum. Einfach fallen lassen, so. Nein, das ist es auch nicht. Keine Ahnung. Kriegt wohl die Wand? Hm. 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 Ja. Ja. Nimm dies, Stachel. Nimm dies. Hitboxen bräuchte man noch eine leichte Überarbeitung, muss ich zugeben. Und da können wir irgendwie nicht erzählen, dass das nicht so wäre. Oh, die Musik ist gut. Kann man nix sagen. Oh, die Musik ist gut. Ist das jetzt V-Stitch oder U-Stitch? Ja. Einfach mal nicht auf den Stacheln stehen. Tolle Sache. Einfach mal tolle Sache. Du. Wie dauert das jetzt? Der Chat ist heute langsam. Ich brauch mehr Leute im Chat, die schneller sind. Ich mach mal kurz was ganz anderes. Dann lass einfach die Aufnahme weiter laufen. Das wird jetzt bestimmt richtig gut kommen. Lass einfach die Aufnahme laufen. Passt schon. Immer weiter laufen lassen, so. Wenn ich hier Zeug mache. Das sieht man nicht in der Aufnahme, was ich hier tue, oder? Nein. Gut, man sieht nicht, wie ich die Pornos la- äh. Ich meine, ähm. Informationen sammle. Ah, das wäre jetzt ungünstig, wenn ich das jetzt tue. Das nicht, aber der Rest bitte ja. Äh. Ich bin völlig unfähig. Bist du? Ich hab doch. Ach. Ich muss mich verarschen hier. Nein. Weißt du? Nein. Jetzt hab ich hier. Probleme. Das hab ich doch schon gesagt. Ja. Ach. Ach. Dann weiß ich gar nicht, was das immer ist. Ach. das jetzt nicht alles auf anderem macht. Ja. 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 Bitte. Bis jetzt. Nur noch nicht. Gut. Findet in dem Video. Ach. 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 Der Chat ist so unfähig. Ja. Alles müssen wir selber machen. nicht. Du darfst. Dann kannst du ihn los. Du darfst. Das ist jetzt nicht. Aha. Du darfst. ula verteilt. Dann sag ich das nicht. Hallo. Du darfst. Er sagt mir lieber, was ich da machen muss und nicht, wie schwer das ist, ja. Danke für nix. Wir machen mal raus, sonst weißt du, was das ist eigentlich aktiviert. Ja, okay. Okay. Ach, natürlich. Gut. Ich stehe noch mal kurz nicht in den Stachel und dann geht's los. Okay, aktivieren wir das und dann... Oh Gott. Jetzt weiß ich auch, warum da oben ein Teleporter ist. Das erklärt so einiges. Ach, das wird lustig. Ich weiß, dass ich mich sterben lassen muss. Aber nicht so, wie du denkst. Also nicht so, wie du gewagt hast. Oh Gott. Nein. Na, das wird jetzt ein Spaß. Ich hätte gerne auch dieses letzte Trinket. Nein. So. Zurück, hab ich gesagt. So, natürlich. Ja, ich weiß ich schon. Bist wie immer zu spät. Ich hab's soeben schon mal geschafft. Nein. So, jetzt warte ich mal eins ab. Nein, so nicht. Ach, komm schon. Nein. Mal schauen. Nein, ach, ich darf sie ja nicht drehen. Ich weiß auch nicht, warum ich immer drehen will. Hier darf ich drehen. Dann darf ich wieder nicht mehr drehen. Doch, ich darf drehen. Ich darf meinen Teleporter nicht berühren. Nein! Nein! Nach. Richtig, das zerfetscht mich. Ich muss egal, ob das zweite... Bis zum nächsten Mal.